Es ist Samstag und wir sind wieder Außerrand und Bank. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Außerrand und Bank, der Feierbank Südpfalz. Wir quatschen hier entspannt über Finanzthemen und Interessantes außerhalb der Bank. Zum Beispiel über Pfälzer Lifestyle oder mit Menschen aus der Region. Wir können Hochdeutsch, babbeln aber am Opelsisch. Mein Name ist Nicole Paul und ich bin Joshua Wurm. Wir freuen uns heute sehr, einen erfolgreichen Sportler aus der Südpfalz als Gast zu haben. Oleg Zerniköl. Daher präviat i dabro bajolavat, Oleg. Spasiba, spasiba. Hallo. Zum Einstiegen und zum Aufwärmen direkt ein paar schnelle Fragen an dich. Dorfkind oder Stadtmensch? Boah, schnelle Fragen, schnelle Antworten. Ich glaube Dorfkind. Gold oder Silber? Silber. Pfälzisch oder Hochdeutsch? Hochdeutsch. Schokolade oder Chips? Schokolade eindeutig. Camping oder All-Inclusive? All-Inclusive. Wein oder Bier? Bier. Bar oder mit Karte? Äh, mit Karte. Super. Und bevor wir richtig starten, du führst bestimmt viele Interviews oder Postcasts, wie wir vorhin gehört haben. Welche Fragen nerven am meisten, beziehungsweise was willst du nach keinen Umständen mehr gefragt werden? Boah, ich glaube solche Fragen gibt es bei mir gar nicht. Ich tue auf alles Antworten, so gut es geht. Soll eine Frage auftauchen, wo ich jetzt nicht möge oder keine Antwort drauf haben, werde ich auch wahrscheinlich sagen. Wenn nicht schneide man raus. Wenn nicht schneiden wir raus, okay. Prima. Durch kasachische Wurzeln bist du mit elf Jahren nach Landau gekommen, ne? Ist das richtig? Richtig, richtig, ja. Holt du dich überhaupt verstanden, die Begrüßung, weil es war ja auch russisch, ne? Äh, natürlich, ja, die war, die Aussprache war jetzt, ähm, gut, Akzent halt, ne? Aber man hört das direkt dann, wenn man sowas hört. Ah, okay, das ist doch irgendwas, äh, Russisches, so, klar. Aber war schon, war schon sehr gut, ja, trotzdem. Danke, spasiba. Nieserste. Prima. Also mit elf Jahren nach Landau komme. Wie war das für dich? Gab es Sprachbarriere? Gab es kulturelle Unterschiede? Was hat dich besonders geprägt in dieser Zeit? Ähm, ich muss mich hier ein bisschen korrigieren, weil ich war zuerst in Speyer gewesen. Ne, ähm, in Landau ging es dann, ähm, glaube ich, ein Jahr später, zwei Jahre ungefähr. Ähm, ja, es war nicht einfach. Es war keine einfache Zeit, ähm, es ging halt darum, dass die deutsche Ironie und Sarkasmus, die sind sehr, sehr schwer. Okay. Ja, ähm, vielleicht liegt auch daran, dass in Kasachstan viele Sachen, äh, ernst gemein sind, die Leute ernster sind. Und hier, ähm, ich war auf der Hauptschule und da halt vielleicht das eine oder andere Wort dann, ähm, falsch gewählt wird und es noch gesagt wird und vielleicht so gemeint wird, aber dann doch mit Spaß und irgendwie mit, äh, äh, Ironie, dann hat es schon beknallt teilweise in der Schule, ne? Ja, weil, ähm, ja, diese Ernstlichkeit, die war halt dann nicht mehr da. Und das hat sich so über den Verlauf der, den ersten Jahren in Deutschland hat sich so ein bisschen gezogen, dass ich gebraucht habe, die Leute zu verstehen, wie was gemeint ist, wie wurde es gesagt, äh, war das so oder so gemeint? Ähm, keine Ahnung, war es ernst, war das nicht ernst? War das Spaß? War das kein Spaß? Und das hat ziemlich, ziemlich lange gedauert, bis ich das so einigermaßen korrekt wahrnehmen konnte. Ich glaube, bis in die 18, 19 Jahre. Das hat ehrlich, ehrlich lange gedauert, ja. Aber mittlerweile, ich verstehe Spaß. Ja, ja, merkt man, merkt man. Den deutschen Sarkasmus und die deutsche Ironie. Du hast gerade gesagt, ähm, dass du in der Hauptschule warst und dann warst du wahrscheinlich, hast du wahrscheinlich weitergemacht mit Realschule, weil inzwischen, äh, hast du ein abgeschlossenes Studium, ich glaube ich, Bauingenieur oder so, nicht? Nein, nicht ganz, nein, 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 jetzt studierst du aber Umweltwissenschaftler, das ist aber richtig, ne? Richtig, richtig, ja. Ich kann erzählen, also wie meine, wie meine Schule war, also Hauptschule, richtig. Dann ging ich auf die Realschule in Landau, da hat auch dann dieser Wechsel stattgefunden. Ähm, und ich hatte zum Glück halt meinen Trainer, der eben noch an meiner Seite ist, der Jochen Wetter, der mir immer gesagt hat, mach weiter Schule. Mach, mach, dann studierst du irgendwann und dann kannst du Sport weiterhin machen, weil wenn du arbeiten gehst, dann kannst du Sport vergessen, wo du auch recht hattest. Ähm, so habe ich dann auch an der K.A.S. meine Fachhochschulreife gemacht. Ähm, und dann habe ich ein Abi gemacht in Ludwigshafen, mit dem Ziel dann zu studieren. Und so war es dann auch gewesen, da bin ich auch, nach dem Abi habe ich dann ein Jahr halt Pause gemacht und bin dann studieren gegangen nach Karlsruhe an das KET Maschinenbau, wollte ich studieren. Da ist halt schon eine andere Story, da ging es halt ein bisschen anders weiter, weil es war nicht so einfach, die ganze Geschichte. Letztendlich musste ich dann wechseln, freiwillig halt, weil ich dann nochmal meine Ziele überarbeitet habe und habe gesagt, okay, ich will in Landau-Lokal bleiben, ich will in Landau trainieren, kann auch in Landau studieren gehen und so bin ich halt jetzt Umweltwissenschaftler. Studiere immer noch, dauert halt noch ein bisschen, ja, Leistungssport und Uni. Ist zwar die beste Kombination, aber immer noch die eine Kombination, die sehr lange dauert. Ja, und wie kam es jetzt dann dazu, dass du jetzt zu der Bundeswehr gegangen bist? Machst du jetzt Grundausbildung, ne? Habe ich schon gemacht, ja. Ah, okay. Ja, das wollte ich tatsächlich schon früher mal machen, weil es machen viele Leistungssportler. Der Hintergrund da halt ist, dass du finanziell abgesichert bist, das ist halt dein monatliches Einkommen, plus halt nochmal Karrieremöglichkeiten nach dem Leistungssport. Es ist ja klar eindeutig, dass du da bei der Bundeswehr noch sich verpflichten lassen kannst und dort deine Karriere machen kannst im Nachhinein. Durch die Sportfördergruppe oder so? Sportfördergruppe, genau, der Bundeswehr. Und ich habe jetzt vor kurzem meine Grundausbildung dort gemacht, die war vier Wochen lang. Normal müsste die auch drei Monate lang gehen, aber da wir halt Leistungssportler sind und das abgeklärt worden war, haben wir vier Wochen gemacht. Das ist aber schon mal eine sehr gute Überleitung zu Sport machen. Wie viel Sport magst du denn in der Woche? Viel. Okay. Wenn man so Life-Work-Balance oder Work-Life-Balance heißt es ja, sagt, wie viel Prozent, was denkst du? Wie viel Freizeit, wie viel Sport, wie viel Arbeit? Gute Frage. Also ich würde sagen, körperliche Arbeit, klar, ist in so zwei Stunden. Manchmal auch natürlich sind es dann zweieinhalb am Tag, heißt es vier Stunden. Also maximal so zwei Stunden. Plus muss man halt vielleicht mal Physio einberechnen in der Woche, plus mal eine Sauna zweimal in der Woche zu gehen. Sauna ist kein Sport, oder? Ja, jein. Gut, wenn man schon da sitzt und 15 Minuten rum hat und dann ein bisschen auch seine Grenzen geht, dann ist es auch schon Sport in gewissem Maße. Okay, akzeptiert. Und dazu zu zählen nochmal die mentale Arbeit, die dazu kommt. Wenn man halt dann nochmal seine Sprünge anguckt, seine technischen Abläufe nochmal realisiert, wenn man halt zu Hause ist halt währenddessen, das nimmt auch nochmal sehr viel Zeit. Plus halt die Trainingsplanung, die ja, also ich würde sagen, prozentuell gesehen, kann in der Hochsaison, also 98, 90 Prozent vom Tag, das ist schon ein Beanspruch und dann, wo man dann beschäftigt ist damit mit allem Möglichen, was den Sport betrifft. Da bleibt halt natürlich sehr wenig Zeit für die Uni. Du hast gesagt, dass du viel analysierst, ach, die ganze Abläufe, der A-Lauf beim Stabhochsprung ist ja extrem wichtig, die Landung wahrscheinlich auch. Und du warst jetzt bei Olympia, bist jetzt ins Finale gekommen, aber zu den besten drei, vier von der Welt fehlt dir ja trotzdem noch ein bisschen. Was ist das und was sind die Nuancen, an denen du da noch arbeiten kannst? Das würde mich mal selbst interessieren als Amateursportler. Es sind vielleicht auch mal ein bisschen Tagesformen oder halt Glück, ganz einfach. Hängt viel davon ab. Wir haben trotzdem viel vor. Es gibt immer Sachen, an denen man arbeiten kann. Es gibt immer Sachen, die man halt verbessern kann. Es geht jetzt nicht darum, keine Ahnung, jetzt fünf Kilo mehr zu stemmen oder sowas. Es sind dann schon Abläufe, wo man halt nur über das iPad sieht. Wenn man halt den Sprung anschaut, sagt man, okay, da könnte man vielleicht fünf Prozent mehr nach vorne drauf gehen, die linke Hand ist dann so weiter unten der Ellenbogen, ein bisschen näher zum Körper und sowas. Und dann kommst du besser in den Stab rein. Solche Sachen sind es dann, die am Ende das ausmachen. Aber auch immer halt an die Grenzen gehen. Man hat immer Momente im Training, einmal die Woche mindestens, wo du sagst, oh shit, jetzt bin ich wieder da und ich weiß, ich bin jetzt irgendwie voll ausgelastet. Und ich muss aber irgendwie da durch und dann stehst du da voll im Stress, muss halt irgendwie einen Sprung machen, bist halt voll unter Adrenalin und du weißt, es kann auch schief gehen, wenn du jetzt gerade irgendwas falsch machst. Das sind so Dinge, an denen man halt arbeitet, sehr, sehr intensiv und sehr oft im Jahr Karten der Vorbereitung, die jetzt auch losgeht momentan. Also Bestleistung habe ich jetzt hier mal recherchiert. Halle 5,72 und Freiluft 5,80. Richtig. Jetzt hat sich mir die Frage gestellt, woher kommt der Unterschied? Trägt eventuell ein Rückgewinn der Zubei höher zu springen oder wie können wir uns das erklären? Weil es ist ja immer eine Differenz zwischen Halle und Freiluft. Das ist richtig, ja, die Differenz gibt es, die existiert auch. Der Vorteil vielleicht in der Halle ist einfach nur, dass man gar keinen Wind hat, weil du hast ja auch vielleicht mal Pech, du hast mal Wind von der Seite, von links, von rechts, von vorne im Wettkampf draußen. Das heißt, in der Halle nicht. So gesehen hat halt die Halle die besten Voraussetzungen, um Rekorde zu springen, natürlich. Aber es ist immer so eine Sache, weil wir fliegen ja hoch und vielleicht ist auch mal die Decke oder sowas im Weg. Es drückt manchmal halt, wenn du halt eine Decke über dem Kopf hast. Von der Psyche her, ne? Genau, das kann mal passieren, ja. Aber es ist jetzt keine Ausrede oder sowas. Es hätte auch klappen können, dass ich in der Halle auch mal in der 580 gesprungen wäre. Das ist jetzt nur mein Leistungsschub, da kam recht kurzfristig in der Halle. Und es hätte auch passieren können, dass ich auch in der Halle 580 gesprungen wäre. Oder halt auch umgekehrt oder sowas, ja. Dann haben wir ja schon mal das Ziel für die kommende Hallesaison. So sieht es aus, ja. Du hast auch gesagt, ihr fliegt relativ hoch. Ich persönlich habe zwar keine Flugangst, aber ich habe mega Höheangst. Ist Höheangst eigentlich auch ein Thema jetzt bei euch? Weil ich könnte mir nicht vorstellen, also erst mal 6 Meter hoch zu springen und dann nochmal runter zu kommen. Ich hatte immer Angst, ich würde die Matten nicht treffen. Ich habe mal ein gutes Beispiel jetzt. Weil ich war jetzt kurz in den Holiday Park und bin in diesen Freefall Tower gefahren. Alter, fuck. Ich mache das nie wieder. Also von wegen Höhenangst? Nein, also natürlich, es ist halt nicht vergleichbar. 5 Meter und dann 75 Meter Freefall Tower sind dann ganz andere Sachen. Aber im Stabhochsprung passiert das alles so schnell, dass du halt nicht mal Zeit hast, zu überlegen, okay, wo bist du jetzt oder sowas. Das sind Abläufe unterbewusst, die halt immer so schnell passieren. Du bist zack, schon bist du in der Luft, schon bist du auf der Matte. So, okay, was ist jetzt eigentlich passiert und so. Das ist halt auch das Schwierigste an dem Stabhochsprung. Aber vorher macht man sich ja doch schon drüber Gedanken oder nicht? Also weil, wenn man ja irgendwann mal anfängt, Stabhochsprung zu machen, dann denkt man sich doch schon erst mal, oh, da muss ich jetzt drüber. Ja, gab es Momente ganz am Anfang, wo man noch klein war und gesehen hat, wie Profis springen. Da denkst du auch so, irgendwann soll ich da hochspringen? So, ich weiß nicht, dann wirst du schon unsicher manchmal. Aber man fängt ja klein an, natürlich. Als 11-Jähriger, 12-Jähriger, erst mal zwei Meter. Ja, die Stäbe sind dann noch starr. Also die biegen sich gar nicht. Und irgendwann lernst du halt die Biegung reinzubringen. Dann lernst du auch, wo die Beine hingehören, wo halt die Schulter hingehören und so weiter und so fort. Und das kommt dann mit der Zeit, dass du auch dann merkst, wo du hinfliegst. Und da gehen ja Jahre schon da vorbei, natürlich. Also super spannend, dass es Stabhochspringer mit Höhenangst gibt. Ja, also wie gesagt, wenn ich jetzt 50 springe, dann natürlich nicht. Aber wenn ich dann so Freefall Tower fahre, okay dann. Jetzt arbeite ich ja im Team mit ganz vielen Frauen. Und die wollten wissen, ob der Stab schon mal abgebrochen ist. Mir noch nie, überraschenderweise. Es ist vielen anderen schon passiert aus der Trainingsgruppe und man bekommt das auch manchmal so mit. Aber mir noch nicht. Es geht, glaube ich, viel um die Technik, wie man halt den Stab belastet. Da hat man auch viel Gefühl im Körper und dann merkt man, okay, wenn man jetzt zu viel belastet oder sollte man nicht zu viel belasten. Und viele haben da kein Gefühl, die ackern da einfach rein und halten das Ding und merken, oh, währenddessen so, oh, fuck. Das kann da schief gehen und dann knallt das manchmal. Das kann ein Übelauer machen. Ja, kann also bis zu Schnittverletzungen. Und wenn es mal abprallt an dem Körper, blaue Flecken, natürlich ist alles weh. Und wenn es mal vielleicht irgendwo anders trifft, ein Falsch trifft, dann kann es mal natürlich wehtun, ja. Es ist schon alles vorgekommen, ja. Viele, viele Dinge. Ja, dann habe ich gleich die nächste Frage. Und zwar, du bist ja zum Stab Hochsprung gekommen. Nicht einfach so, weil dann würdest du wahrscheinlich Fußball spielen heute. Du bist durch deinen Vater durchgekommen. Da warst selbst früher, ich habe mich natürlich informiert, Hoch- und Weitspringer. Du stellst dich mir natürlich die Frage, wer ist Talentierter, er oder du? Ja, mittlerweile ich wahrscheinlich. Aber ich muss auch hinzufügen, ich habe ja auch mit Karate angefangen, habe ich Fußball auch gespielt. Also, ich habe alles gemacht, bis zu Skateboard fahren auch. Und Leichtathletik hat dann noch in Kasachstan angefangen. Da sind wir umgezogen nach Deutschland und dann habe ich weitergemacht. Und zuerst auch in Speyer, dementsprechend. Und dort haben sie gesagt, ah, geh mal lieber nach Ludwigshafen, weil dort gibt es eine russische Trainerin, die machen das ein bisschen intensiver. Das haben wir auch gemacht. Dann habe ich dort trainiert, ganz normal, allgemein, Leichtathletik, Weitsprung, Hochsprung, verschiedene Sachen. Und dann kam sie auf mich zu und hat gesagt, guck mal, also ihr Mann ist Stabbruchssprung-Trainer, war auch damals mein Trainer gewesen. Guck mal, das ist Stabbruchssprung. Und die Stabbruchsspringer, die haben einen guten Körper und verdienen viel Geld. Willst du das machen? Ja. Argument, Argument. Argument. Und das war so mehr oder weniger der Anreiz gewesen vielleicht damals. Ja, sah auch cool aus natürlich, zu sehen, wie die Leute. Durch die Luft fliegen, ne? Ja, genau. Und manchmal sich auch auf die Fresse legen. So hat es angefangen. Wie fühlt sich dieser Moment ab am Sprung, wenn man sozusagen schwerelos in die Luft hängt? Da geht es so schnell, dass man es gar nicht... Wie gesagt, es geht so schnell manchmal. Es sind kurze Augenblicke, wo du merkst, wie dein Körper unter Spannung steht und wie du dich bewegst, was du alles machst. Und entscheidend auch, dieser Schub, den man vom Stab bekommt. Und plus halt sehr intensiv dieser Moment, wo man über der Latte hängt. Den merkt man auch dann sehr, sehr gut. Gerade wenn es auch um die persönliche Bestleistung geht oder sowas, dann merkt man das so richtig. So ist man gerade und man spürt das schon irgendwie mit dem Bauch. Und meistens, wenn der Sprung halt sehr schief geht, tut man schon mit den Füßen das so mitnehmen beim Hochgehen. Und wenn das halt nicht der Fall ist, dann merkst du, ah, ich bin irgendwo drüber. Okay, und dann siehst du, plötzlich bist du mit dem Bauch über der Latte und dann siehst du, wo du bist und dann, ja. Das heißt, während dem Flug kannst du schon abschätzen, war es ein guter Sprung oder ein schlechter Sprung? Ja, mehr oder weniger, ja. Es kommt schon kurz nach dem Absprung und du denkst, oh, den habe ich gut getroffen. Und das sind alles innerhalb von Millisekunden merkst du das, also... Wahnsinn. Gut, das sieht man ja auch immer bei den Ganzen, die irgendeine gewisse Höhe überspringen und sich dann schon in der Luft beim Runakumme freuen. Deswegen, das realisiert man, denke ich, schon ganz schnell. Noch eine andere Frucht, vor deinen Sprüngen oder vor deinen Wettkämpfen, gibt es auch irgendwie ein Ritual oder irgendwas, was du immer befolgst? Ich kenne es so von Rafa Nadal, Tennis-Spieler, der macht immer so bestimmte Handgriffe. Würde mich mal bei dir interessieren. Boah, also, jetzt wäre ich Tag vor dem Wettkampf nicht. Ich habe immer ein paar Socken, wo ich alle mal anziehe. Das sind so Heavy-Metal-Socken. Ich höre halt viel Metal-Musik und es sind auch einfach ganz gute Socken. Der Fuß sitzt gut im Speichs drin und hat mal ein gutes Laufgefühl. Aber die Abläufe halt kurz vor dem Sprung, das ist halt Routine. Das ist das, was ich halt gelernt habe in den letzten Jahren. Weil früher bin ich so planlos, bin ich mal gesprungen, Hauptsache irgendwie drüber. Und mittlerweile habe ich halt anerkannt, ich bin Leistungssportler, ich bin halt auf einem professionellen Niveau. Ich muss auch dafür was machen, damit auch was dabei rauskommt. Und wo es dann heißt, okay, dann nimmst du den Stab, dann machst du den Kleber drauf, dann gehst du rein und so. Und dann machst du so und so viele Schritte nach vorne und dann nimmst du den Stab dahin, dahin, konzentriere dich darauf und so. Das hat mich da, glaube ich, ein Jahr gekostet, bis ich das auch einigermaßen drin hatte. Tja, das sind so die wichtigsten, glaube ich, Dinge, die ich brauche. Also eine Mischung zwischen Talent, Fleiß und natürlich auch Beharrlichkeit? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, sogar viel mehr ist Fleiß dahinter. Auf jeden Fall. Als Talent, ja, gehört auch irgendwo dazu, aber ich glaube, Fleiß ist schon so das Wichtigste. Also 80, 20? 70, 30. Okay. Vielleicht, ungefähr. Was? Was mich auch noch interessiert, ist, du trainierst ja ab und zu auch mit anderer Stabhochspringer. Also meistens trainierst du mit anderer Stabhochspringer, aber manchmal ja auch, wie man in der Zeitung liest, mit dem Raphael Holsteppe, mit anderen, die auf einem ähnlichen Niveau wie du oder auf dem gleichen Niveau auch eben springen. Tauscht man sich dann da auch eben über diese Abläufe aus, vor einem Sprung? Oder behält jeder gern so sein Geheimnis für sich, weil jeder auch guckt, dass er der Beste, weil er denkt, er hat den besten Ablauf? Ja, ich glaube, so denkt wirklich keiner, keiner momentan, dass derjenige den besten Ablauf hat. Jeder hat so sein eigenes Ding. Es gibt halt nicht die Formel für den Stabhochsprung, dass man sagt, okay, wenn du das und das machst, dann wirst du hochspringen. Jeder hat sein eigenes Ding. Und man tauscht schon gerne aus, ja, weil wenn der eine vielleicht ein Problem hat, dann kannst du uns schon dann gerne helfen. Wir sind halt eine große Familie, Stabhochspringer Familie. Wir hassen uns nicht gegenseitig tatsächlich. Das war auch sehr interessant, falls noch Spieler zu Tokio kommen. Der Moment kurz vor dem Finale, als wir vor der Präsentation waren, waren wir alle in einem Raum und haben praktisch Scheiß gemacht. Wir haben so gequatscht, haben mit Japaner gesprochen, da hat einen Handstand gemacht, ist irgendwie auf dem Grüßtuch geklettert, weil er keinen Spaß dazu hatte und alle so wie eine große Familie, ohne irgendwie sich gegenseitig zu beschimpfen. Das war schön. Und das ist halt, wo ich dann sage, wenn einer Hilfe braucht, dann helfen wir gerne, auch ob es jetzt mental ist oder sonst irgendwas. Man ist immer da und sagt, vielleicht kann man ein paar Tipps geben, wo es einem hilft dann. Toll, ist toll. Ja. Du warst ja auch oft in den Medien das Thema, Corona, also Olympia während Corona, war ja bestimmt vieles anders zu einer normalen Olympiade. Du kennst es natürlich nicht anders. Du weißt, das war jetzt deine erste Olympiade, hoffentlich nicht deine letzte. Aber war viel wirklich, wie soll ich sagen, mit anderen Sportlern in Kontakt kommen? War das möglich? Wie waren so deine Erlebnisse in dem Olympischen Dorf? Also viel mit Sportlern in Kontakt? Nein, also nicht wirklich. Im Olympiadorf zum Beispiel, wo die ganzen anderen Nationen auch da waren, war das schwierig, weil alle waren auf den Zimmern. Natürlich halt, wenn wir über die Straßen spaziert sind, klar, hat ein paar Leute gesehen, aber jetzt nicht wirklich jemand angequatscht, weil die meisten hat auch Maske an. Du hast überall nur Maske tragen. Genauso in der Mensa und sonst irgendwo. Also, ja, außer die Leute, die man halt kannte, die Stadt Hochspringer, sonst, die man schon gesehen hat, die hat man dann gegrüßt. Aber man hat jetzt nicht diesen Kontakt zu anderen Nationen. Hier in Deutschland zum Beispiel, da gab es schon einige Leute, denn da waren Ruderer zum Beispiel, mit denen konnte man quatschen, mit dem Karate, den Jonathan Horner, der sich ja verletzt hat im Nachhinein. Mit denen konnte man reden. Und die Riccarda Funk, die die erste Goldmedaille geholt hat, die habe ich dann auch dann gesehen und gratuliert und habe dann geguckt, wie sie Fotoshooting hatte mit der Goldmedaille. Das war schön. Das waren schöne Momente auf jeden Fall. Natürlich hat es gefehlt, dieser Kontakt noch mehr mit Menschen, weil der traurige Moment war, nach dem Finale, wo du dann aus dem Stadion raus bist, in den Shuttle eingestiegen bist, halbe Stunde warst du in Olympiadorf, duschen, essen, schlafen. Fertig. Das ist schade. Kein deutsches Haus, kein Bier, nicht mehr Wein, Anselmann, so. Ja, kein Schuppe. Schade. Nichts, also ein bisschen traurig. Ja, klar. Vielleicht in Paris dann, hoffentlich bis dahin ist wieder alles klar. Wir drücken die Daumen, ja. Ja. Und dann einfach Schuppe Gläser mitnehmen, dann passt das auch mit der Heimat. Na, Gläser vielleicht, ja. Man darf kein Alkohol reinnehmen ins Olympiadorf. Man wird kontrolliert. Da stehen unter anderem Metalldetektoren. Man wird durchleuchtet. Und wenn eine Flasche drin ist und so, dann, ja, weg, rausmachen. Ich habe gedacht, vielleicht ist das Gang und Gebe beim ein oder anderen Spitzenportler. Ja, schon. Ja, also. So wie Mario Basler früher. So mehr oder weniger. Deswegen gibt es ja auch das deutsche Haus, wo halt sowas auch bereitgestellt wird. Weil gab es ja nicht. Gab es ja nicht. Also jetzt haben wir einen traurigen Moment gehört von Olympia, das dann einsam ins Bett gehen müssen und so. Was war denn ein besonders emotional toller Moment in Olympia für dich? Gab mehrere Momente. Also wir waren noch zehn Tage, waren wir noch im Pre-Camp in Miyazaki, also ziemlich weit südlich in Japan. Das war unglaublich schön, weil wir hatten ein Hotel am Strand, konnten ein bisschen das Meer genießen und auch die Umgebung, weil es nicht so streng war wie in Tokio. Man konnte da ein bisschen rausgehen und auch trotzdem mit Maske, alles klar. Aber es gab auch Abschnitte vom Wald, in der Nähe vom Stadion, wo man hingehen konnte und auch so ein bisschen an den Strand. Und das hat sehr gut getan für die Seele. Einfach nicht mit dem Gedanken dorthin geflogen, ja, ich bin jetzt da, bin abgegrenzt und dann mache ich meinen Wettkampffliege wieder zurück. Sondern schon so, okay, ich bin jetzt wirklich hier, ich kann es wirklich realisieren, dass ich in Japan bin. Ich kann so ein bisschen was sehen um mich herum, was da passiert. Die Japaner mit denen ein bisschen quatschen im Hotel, mit den Leuten reden. Wie sind die so drauf? Auch das Essen genießen im Hotel. Und das war ein sehr schönes Moment. Unglaublich. Dann natürlich, ja gut, wenn ich so anfange, dann war alles schön. Klar, also. Aber ich glaube, eines der schönsten Momente war der Qualifikationswettkampf. Als ich dann auch es geschafft habe, mich ins Finale zu qualifizieren. Da war ich unglaublich froh drum. Bis hin zu dem Moment, wo ich kurz vor dem Finale in das Stadion rein spaziert bin. und das war einfach ein schöner Augenblick. Es war warm, es war, die Sonne hat gescheint, der Rückenwind war auch da. Also alles passend, es konnte nichts schief gehen, so auf die Art und Weise. Und ich dachte, ey, egal was passiert jetzt, du bist da, du hast es geschafft, mach einen guten Wettkampf, hab Spaß dran. Und so ist es auch gewesen. Und das ist ein Moment, der sich halt für immer in meinen Kopf eingebrannt hat. war unglaublich schön. Bis halt hin zu Hause im Hotel. Ich hab gerade Gänsehaut. Ach was. Doch. Nachrichten von Familie und allen möglichen Leuten halt dann später im Zimmer, das war auch sehr schön. Ich glaube, das waren so die wichtigsten Punkte. Familie und Freunde tragen ein. Richtig. Richtig. Ja, unglaublich. Wobei der Quali-Wettkampf, der war auch schön gewesen. Es war nachts, um drei Uhr, deutsche Zeit. Und sie haben hier, Dennis Schober, hat in unserem Turnverein eine Veranstaltung gemacht, praktisch Public Viewing, wo alle dann kommen konnten, die halt die Fans waren und die haben das schön gefeiert. Als ich ins Finale reinkam. Du hast gearbeitet und recht gut gefeiert. Ja, die haben, genau, die haben zugeschaut. Ja, das war schön, die Videos, im Nachhinein zu sehen, wie sie mich angefeuert haben. Wie auf dem Landauerstatt-Botschul-Meeting, wenn ihr das kennt, dass die Leute mitklatschen und genauso saßen sie vor dem Fernseher mitgeklatscht. Das fand ich sauwitzig. Das war richtig geil. Ja, ich muss sagen, ich hatte mir den Weg hergestellt, aber ich bin, glaube ich, erst zu spät, bin ich wach worden. Leider. Aber gut im Nachgang dann halt eben betrachtet. Gut, du redest natürlich jetzt von einem absoluten Highlight in deiner bisherigen Karriere. Die Frage, die sich mir stellt, wie geht es jetzt weiter? Wie geht es jetzt weiter mit dem Umweltwissenschaftler Oleg Zernickel? Eher jetzt in Richtung die nächsten Jahre noch Leistungssport? Oder was sind die Pläne? Also Studium auf jeden Fall weiterhin verfolgen, klar. Zwar kann ich halt nicht so viel natürlich für Studium machen nach wie vor, aber ich plane das schon weiterhin zu machen, weil viele Leute kommen auf mich zu und fragen, ja, was machst du Studium? Und so, hörst du auf? Nein, es gibt kein guter Aufzuhören. Ich mache das genauso weiter wie vorhin. Ziele im sportlichen Sinne, klar, verbessern, Bestleistungsspringen sowieso ist immer das Ziel. Wir haben jetzt im Winter haben wir eine Hallen-WM in Belgrad plus halt ein guter Trainingslager und sowas. Das sind ja keine Ziele, aber kann man trotzdem erwähnen. Bis im Sommer haben wir eine WM in USA, in Eugene und eine Hallen-EM in München. Ja, das sind so die größten Wettkämpfe nächstes Jahr. Also ich werde jetzt zukünftig, wenn dann solche Events sind, mit einem anderen Auge hinschauen. Mit welchem? Mit dem Hintergrund, wie das Auge, was ich jetzt alles weiß, dass Wind richtig ist und der Absprung und so, ja. Das übersieht man oft als Zuschauer tatsächlich. Viele haben sich dann, glaube ich, im Finale in Tokio, vielen war es gar nicht bewusst gewesen, dass dann der Wind blödlich gedreht hatte bei den letzten Versuchen über 85 und man konnte praktisch gar nicht wirklich anlaufen, abspringen, weil es ist halt nicht machbar. Außer man ist halt so durchgeknallt im Kopf, dass man es trotzdem durchzieht, aber wer es halt verfolgt hat, hat gesehen, dass der Franzose im Finale sich verletzt hatte, der ist abgesprungen und wieder zurückgeflogen auf die Bahn. Und so kann halt schon passieren, wenn man den falschen Wind erwischt hat oder sowas. Ich bin tatsächlich auch ein sehr interessierter Sportzuschauer. Also ich gucke mal, alles A, wenn Olympia ist, muss ich sagen, aber Fußball ist immer noch mein Favorit. Gibt es auch für dich so Alternativsportart oder auch ein Vorbild außerhalb vom Stabhochsprung? Vielleicht ist auch natürlich ein Stabhochsprung Vorbild. Schieß los. Ne, Vorbilder habe ich gar keine mehr. Also früher, ja, gab es halt. Hat jeder, glaube ich, gehabt seine Vorbilder. Mittlerweile, ich glaube nur an mich selber, ich weiß, was ich zu tun habe. Andere Sportarten, also ich glaube, ich könnte so jede Sportart irgendwie ein bisschen machen. Momentan bin ich so ein bisschen auf die Golfspur gerutscht mit dem Dennis Schober, weil der hat mich da bis dahin gezogen und ja, macht auch irgendwo Spaß. Also ich finde, jede Sportart macht Spaß. Ich glaube, nach Stabhochsprung, wenn ich aufhören sollte, ich glaube, da werde ich noch viele andere Sachen tun bei mir. Falsch im Springen, ich will sowas Extremes ausprobieren. Irgendwas mit Fliegen auf jeden Fall. War da vorhin etwas mit Freefall Tower? Ja, Freefall Tower, ich müsste wahrscheinlich erst mal die zehn Mal fahren, bevor ich dann Falsch im Sprung wage. Aber wir schauen mal, es ist bis dahin noch Zeit. Ich plane noch mit einer sehr langen Karriere. Daumen, sind gedrückt von unserer Seite aus auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Was ist das Peinlichste, dass dir je in Bezug auf deinen Sport passiert ist? Boah, verdammt. Peinlichste? Eine gute Frage, dann muss ich mir überlegen. Richtig peinlich. Peinlich ist natürlich ja immer relativ. Ich glaube, so Einzelmomente gab es nicht wirklich, aber es gab im Verlauf von einigen Jahren, wo ich mich schlecht gefühlt habe und teilweise peinlich war, wo ich meine mentale Probleme hatte in dem Leistungssport. Ich bin halt nur durchgelaufen, obwohl ich wusste, wie viel in mir steckt. Ich konnte mich nicht überwinden, einen Sprung zu machen. Das ist wie Laufen mit einer Stange und dann halt nie einen Sprung zu machen. Und viele Leute haben mich da schon so ausgelacht und nicht komisch angeschaut und so ein bisschen dumm angemacht deswegen. Und das hat schon wohl dich sehr bedrückt. Peinlich war es in dem Sinne nicht. Hast du nicht mal den Bund von der Hose gerutscht oder geplatzt? So was wollte ich jetzt eigentlich raus? Boah, keine Ahnung, vielleicht beim Sprung hat es sicher noch passiert, dass die Hose dann verrutscht ist oder sowas, aber dann würde man es alles richten, als ob nie was gewesen wäre und dann geht es den nächsten Sprung. Mit Sicherheit. Aber so, dass es so tief in Erinnerung jetzt stecken würde, glaube ich nicht. Ja, kein Problem. Wir sind ja auch ein Podcast aus der Südpfalz, also hier in unserer Region und immer unsere Abschlussfrage ist immer, was ist eigentlich dein Lieblingsort in der Südpfalz? Ah, interessant. Und warum? Und warum? Es gibt zwei, würde ich sagen, die mir jetzt spontan einfallen. Zu einem ist es die Kalmit. Kleine oder große? Die kleine Kalmit, ja. Da, wo ich ganz gerne mal hingehe, einfach nur, weil es eine schöne Aussicht ist, mal abends hinzusetzen auf die Bank und weil ich dort auch viel Zeit verbracht habe, einfach nur, wenn ich viele Gedanken hatte, bin ich hochgefahren und alleine zu sein, hat sehr gut getan. Und zum anderen ist es die Strecke zwischen Herxheim und Offenbach, weil ich viel Motorrad gefahren bin in den vergangenen Jahren und es war immer schön, dann so abends, so um 18 Uhr dort vorbeizufahren, wenn die Sonne untergeht, es gab immer so eine schöne Aussicht bei den Windrädern mal anzuhalten und da mal zu, kurz mal stehen zu bleiben und zu verdauen auch so, was gerade geschieht oder sowas. Das war immer auch ein schöner Ort, wo ich auch gerne mal hingehe, auch wenn ich jetzt kein Motorrad habe, aber Auto, Motorrad zum Anhalten und werden wir mal genießen. Okay, also pinnen wir zwischen Offenbach und Herzeit, ping, und wir pingen kleine Kalmit, ping, an unsere virtuelle Südpfälzer Landkarte. Prima. Vielen, vielen Dank für das tolle Interview. Gerne geschehen. Also von uns in alle Daumen gedrückt für weitere Erfolge. Danke, vielen Dank. Und vielleicht dürfen wir dich einfach nach Paris noch einmal einladen. Auf jeden Fall, ja. Und dann sehen wir mal vielleicht die Goldmedaillen live. Ja, das wäre das nächste Ziel, ja. Aber vielen Dank für die Einladung, hat mir Spaß gemacht und bis zum nächsten Mal. Bis dann. Dos vidanya oder ciao, ciao. Dos vidanya.